So, spätabendliches Video zu SoFi, ja, SoFi, was ist passiert, was ist mit der SoFi-Aktie passiert heute und gestern? Kurstechnisch sieht es ja schon mal deutlich, deutlich schlecht aus, ja, innerhalb von zwei Tagen um 25% eingebrochen und ich habe so einige Anfragen bekommen, denn so wirklich erklärbar scheint das nicht zu sein. Ich versuche es euch trotzdem zu erklären und euch auch zu zeigen, was ich jetzt ganz konkret mit der SoFi-Aktie mache. Okay, zunächst einmal der Blick, ja, was ist der Hintergrund von diesem großen Kurseinbruch? Es hat ein bisschen was mit den Quartalszahlen zu tun, aber wenn man sich mal die Quartalszahlen genauer anschaut, dann erkennt man hier den Grund auch nicht so wirklich. SoFi konnte sowohl bei den Earnings-Erwartungen, also bei den Ergebniserwartungen, als auch beim Umsatz deutlich überzeugen. Das sieht man jetzt hier bei TradingView, das sieht man aber auch auf einem anderen Screen, eine andere Übersicht umso besser. Hier auf Twitter könnt ihr gerne StockMarketNerd folgen, der bringt immer so gewisse Updates und gewisse Übersichten wie die hier immer raus auf verschiedenen Aktien, meistens direkt nach Quartalsergebnis, dass man sich immer so einen kurzen Überblick machen kann. Und hier sieht man auch schon, tja, alles geschlagen, also Umsatzseite geschlagen, Ergebnisseite geschlagen, die Prognose erhöht und das sieht eigentlich alles wirklich mega, mega stark aus. Auch der Earnings-Call an sich war wirklich sehr stark, es gab wieder einige wichtige Infos. Am Earnings-Call lag es also auch nicht, nicht so wie bei Amazon, als die dann praktisch ihre sehr guten Ergebniszahlen dann praktisch über den Earnings-Call wieder runtergeschossen haben. Bei SoFi sah alles und sieht alles wirklich sehr gut aus. Wieso also der Kurs Absturz? Nun, dazu gibt es vielleicht zwei Erklärungen. Die erste Erklärung findet man jetzt ein bisschen außerhalb von SoFi und die lautet aktuell immer noch die Bankenkrise. Ihr könnt euch heute wieder anschauen, viele Regionalbanken und kleine Banken sind einfach wieder weiter am Fallen. Viele Aktien, die sich in diesem Sektor bewegen, sind faktisch in einem Kurssturz. Viele Regionalbanken betrifft es, aber auch viele, sage ich mal, kleinere Banken oder auch viele Tech-Aktien aus dem Finanzbereich, die fallen aktuell einfach weiter. Und da schaut der Markt nicht so wirklich direkt auf die Ergebniszahlen, sondern da heißt es halt einfach wieder, du bist Fintech, du bist Bank, also wirst du erstmal runtergehauen. Und vor allem, wenn du eine Bank bist oder ein Fintech bist, das eben nicht profitabel ist, dann trifft es sich umso stärker und so eben auch bei SoFi. SoFi wurde dieses Quartal noch nicht profitabel, aber das wäre ja auch zu viel des Guten gewesen. Man ist aber auf jeden Fall auf einem sehr, sehr guten Weg dorthin. Und das Ziel steht weiterhin Q4 dieses Jahr, Profitabilität. Ich vermute eher sogar Q3, dass man dahin schon Profitabilität erreichen sollte. Vom Grundgeschäft her läuft bei SoFi auch weiterhin alles. Aber was einem runterzieht, ist weiterhin die Finanz- oder die Bankkrise aktuell, wie sie in den USA weiter dahin schwellt. Und halt auch dadurch marktbedingt, dass halt das ganze Bank- und Fintech-Segment mit abverkauft wird. SoFi hat es aber auf der anderen Seite noch stärker erwischt, weil, wie gesagt, diesen Kursrückgang um 25 Prozent lässt sich auf der anderen Seite jetzt auch nicht damit erklären, dass jetzt einfach nur andere Regionalbanken und dem Bankensektor schlecht geht, sondern es gab vielleicht auch nochmal das ein oder andere im Geschäftsbericht, das außerhalb der Zahlen lag, wo dann die Analysten als nicht ganz so schön oder vielleicht als kritisch begutachten und auch betrachten. Deswegen blicken wir nochmal ganz kurz direkt in den Quartalsbericht und gehen auf ein paar Punkte ein, die jetzt nicht so herausragend waren. Also diese Übersicht hier kennt ihr alle. Die Entwicklung der Memberanzahl der Mitglieder ist weiterhin sehr stark. Die Produktentwicklung ist weiterhin sehr stark. Und hier seht ihr schon mal einen Punkt, der nicht allzu schön ausschaut, nämlich die Galileo-Accounts. Man kann das jetzt ein bisschen trennen. Also das Banksegment bei SoFi läuft weiterhin enorm rund, enorm stark, wächst auch stärker, als viele Analysten bisher angenommen haben. Was aber aktuell nicht so rund läuft, ist dann die Tech-Plattform. Also praktisch bei diesen Bank- und Fintech-Unternehmen läuft der Bankbereich sehr gut, aber der Fintech-Bereich nicht so gut, was halt auch aber ein bisschen erklärbar ist, in dem Sinne, dass halt einfach es vielen, vielen Fintech-Unternehmen im Moment eher schlecht geht und aktuell auch wirklich wenig Fintech-Unternehmen auf den Markt kommen und dadurch auch weniger Produkte von Galileo hier nachfragen. Auf der anderen Seite ist es auch so, wurde jetzt auch im Earnings Call gesagt, dass man aktuell eher in Verhandlungen steht mit größeren Banken, also praktisch diesen Legacy-Banks, diesen alten Banken in den USA und da versucht nochmal ein bisschen mehr auf die Plattform zu bekommen. Aber das hören wir schon seit ein paar Quartalen, da wird es auch langsam ein bisschen Zeit, dass man hier wirklich tatsächlich mal einen Kunden an die Hand bekommt, an die Angel bekommt und dann rausziehen kann und tatsächlich wieder hier ein bisschen die Tech-Plattform zum Wachsen bringen kann. Ich persönlich gehe davon aus, dass die Tech-Plattform jetzt einfach marktbedingend ein paar Schwierigkeiten durchlebt und wir hier dann im zweiten Quartal beziehungsweise in der zweiten Jahreshälfte hier einfach wieder ins Wachstum zurückfinden sollten. Aber das hier ist auch noch nicht der große Punkt gewesen, wo dann vielleicht auch die Analysten als kritisch sehen. Die anderen Punkte auch hier wieder sehr positiv. Die Kreditvergabe läuft weiter sehr rund. Die Financial Products laufen extrem gut und das hier, wenn man sich mal die Zahlen aufreißt, das war für mich jetzt im Quartalsergebnis sehr überraschend, und zwar sehr positiv überraschend. Gehe nochmal ein kleines Stück runter hier. Financial Service Products, wenn man hier mal genauer anschaut, dann ist das Wachstum hier weiterhin sehr, sehr stark. Und wir sind auch wirklich gar nicht mehr so weit weg von einer Profitabilität in dem Bereich, der ja die letzten Quartale immer so ein bisschen auch ein größerer Verlustbringer war. Man hat ja von dem großen Segment der Verleihungen, also der Darlehen, querfinanziert sein Financial Service Segment, also praktisch Trading, seine ganzen Geldprodukte und so weiter. Das heißt, seine Kreditkarte, alles steckt da drin und das war auch eher so ein Verlustgeschäft. Aber mittlerweile sind wir nicht mehr weit entfernt vom Break-Even. Also der Umsatz ist ja deutlich schneller gestiegen, als ich persönlich erwartet habe. Und an sich ist der Verlust deutlich schneller zurückgegangen. Man hat also eher die positiven Segmente, die dann hier im Kreditbereich, in der Kreditvergabe liegen, im Financial Service Bereich, der positiv ist und ein bisschen schwächeln tut, aber die Technologieplattform. Jetzt kommt aber der ganz, ganz große Knapppunkt und ich denke, dass es auch der, der eher dafür gesorgt hat, dass die Aktie deutlich stärker gefallen ist, nämlich in all diesen wunderschönen grünen Zahlen, in all diesen sehr guten Ergebnissen, haben wir dann halt aber einen Punkt, der läuft so gut, dass er wiederum schlecht ist und das ist eben der Bereich der Darlehensvergaben. Jetzt kann man sich fragen, okay, wie kann das schlecht sein? Ja, weil wir vorhin gesehen haben, neues Rekordquartal. Nun, wo sich die Analysten so ein bisschen Gedanken machen bei SoFi und allgemein halt auch im Bankensektor, aber hier spezifisch jetzt bei SoFi ist es ja, dass SoFi seine Kreditvergabe weiterhin sehr hoch hält und weiterhin einfach deutlich stärker im Wachsen ist bei der Kreditvergabe. Und SoFi auch gleichzeitig sagt, hey, wir sehen nicht, dass diese Darlehen, die wir jetzt ausgeben, dass die mit erhöhten Abschlägen zu betrachten sind. Also in dem Sinne, wenn jetzt die Wirtschaft einfach einbricht, dann muss man ja Rückstellungen bilden für Darlehen, die dann vielleicht in der Zukunft irgendwann ausfallen. Das sieht SoFi jetzt auch in diesem Quartal so nicht, sondern drückt weiterhin auf das Gaspedal. Und da sehen halt eher die Analysten das Ganze ein bisschen kritisch. Zum einen, weil sie vielleicht eher die Bedenken äußern, ob das alles, was man heute an Krediten vergibt, ob das alles dann auch bei einer größeren Rezession noch an Werthalt oder Werthaltigkeit besitzt. Und der zweite Punkt ist auch, SoFi's Wachstum wird mittelfristig auch nur so funktionieren, wie man auch diese Kredite teilweise an andere verkaufen kann. Also SoFi seht ihr hier zum Beispiel Loans held for sale. Das ist dann praktisch der Bereich, wo SoFi deklariert im Grunde, dass man selber diese Kredite, diese Darlehen nicht selber die nächsten sieben oder zehn Jahre in den Büchern halten will, sondern dass man diese nach sechs, neun oder zwölf Monaten irgendwann mal an andere Institute veräußern wird und diese dann das Risiko bei sich in den Büchern tragen. Und das sehen die Analysten jetzt im Moment halt einfach auch nicht, dass sie sagen, hey, dieser Markt trocknet aus. Das erkennt ihr auch vor allem bei der Upstart-Aktie, die ja sich genau darauf fokussiert hat, einfach sehr gute, also ihrer Ansicht nach auch sehr gute Kredite mit sehr guten Ratings und praktisch sehr guten Ergebnissen zu entwickeln, ja, dann praktisch unter die Leute zu bringen und dann einfach an andere Investoren und andere Kreditinstitute zu veräußern. Und diese zwei Punkte eben sorgen dafür, dass obwohl es sehr gute Ergebnisszahlen gibt und obwohl auch das Management einen sehr guten Job macht und wir auch wirklich einen sehr guten Ausblick haben, dass halt einfach die Analysten hergehen und sagen so, nee, 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 wir sehen das anders, ja. Also das, was ihr uns vom Management her erzählt, das glauben wir euch nicht oder wir sehen halt einfach diese Gesamtmarktsituation einfach anders, vor allem auch mit diesen aktuellen Entwicklungen. Und deswegen gab es jetzt auch den einen oder anderen Analyst, der gesagt hat, er nimmt dann praktisch das Kursziel ein bisschen runter und auf der anderen Seite gibt es halt eben, wie gesagt, einige Bedenken dann praktisch genau aus diesem Umfeld. Für mich persönlich, nun, ich habe, und jetzt könnt ihr mal hier rüber schauen, also ich habe heute wieder die nächste Tranche bei Sofail nachgekauft, weil es einfach auch der nächste Punkt ist, ja, man muss nicht immer jeden Kurssturz irgendwie erklären können. Also die Erklärung, was ich euch jetzt gegeben habe, das ist einfach die plausibelste für mich, wo ich mir selber so ein bisschen zusammengesteckt habe und mir angeschaut habe, die könnte ich darüber erklären. Auf der anderen Seite muss ich halt auch einfach sagen, wenn man so praktisch von der Betrachtung reingeht, dann kann man jedes Unternehmen und jede Aktie zu jedem Zeitpunkt irgendwie schlecht reden oder schlecht machen. Der Fakt bleibt, dass Sofail die letzten Quartale oder die letzten zwei Jahre das Management extrem gut abgeliefert hat. Man hat jedes Quartal seine eigenen Erwartungen geschlagen, man hat jedes Quartal die Analystenerwartungen geschlagen und so ist es auch in diesem Quartal und ich denke auch, dass es in Zukunft vielleicht eine kurze Phase geben wird, wo es vielleicht dann nicht ganz so gut läuft oder nicht ganz so rund läuft, aber die Bewertung von Sofail ist jetzt im Moment schon so attraktiv, dass ich, wie gesagt, langfristig investiere und mit einer langfristigen Betrachtungsweise gehe ich halt einfach immer noch davon aus, dass Sofail eine sehr, sehr starke Entwicklung hinnehmen wird. Ob es jetzt vielleicht ein paar Quartale, zwei, drei Quartale geben wird, wo vielleicht das Wachstum ein bisschen stoppen wird, das kann durchaus vorkommen oder wo Sofail vielleicht ein bisschen auf die Kreditbremse drücken wird müssen, wenn man die Kredite vielleicht nicht verkauft, auch das kann passieren. Aber ich investiere ja nicht wegen zwei, drei Quartalen in der Zukunft, sondern ich schaue mir das Management, die Struktur von dem Unternehmen an, die Gesamtentwicklung und einfach die Strategie, wo das Management und das Unternehmen hin will und für mich ist es einfach weiterhin eine Investition, wo ich gerne die nächsten zwei, drei Jahre mit investiert sein möchte, weil einfach, was alles vom tatsächlichen Unternehmensbild her passiert, ist einfach weiterhin enorm stark. Und das, was halt hier rundherum um die Börse passiert und rundherum um die Banken passiert, das kann ich relativ wenig, ja, kann ich relativ wenig im Endeffekt beeinflussen und ich denke auch nicht, dass es im Endeffekt so gravierende Einflüsse auf Sofail hat, dass es jetzt mein Investmentcase für die nächsten drei bis vier Jahre irgendwie komplett durcheinanderwirbeln könnte für die nächsten ein, zwei Jahre eventuell, aber meiner Ansicht nach sicherlich nicht, wenn ich dann wirklich weiter in die Zukunft hinausdenke. Das ist jetzt mal soweit von mir zu so einem abendlichen Kurzvideo zu Sofail. Wenn du noch weitere Fragen hast, einfach unten in die Kommentare schreiben und ich schaue zu, dass ich die nächsten Tage davon so viel wie möglich beantworte. Vielen Dank fürs Zuschalten und bis zum nächsten Mal. Dein JD. Ciao. Ciao.